Hallo liebe Leute und willkommen in meinem neuen tollen, abgegradeten Live-Setup. Ich habe ein paar Updates, bevor es ja weitergeht mit den Outtakes. Ich habe mich jetzt kurzerhand entschieden, doch keinen neuen Kanal zu machen. Damit habe ich ja geliebäugelt im letzten Rant-Video. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich das dann doch ganz albern fand. Aber weil sich die Leute häufen, die fragen, hier, wie können wir unterstützen, ohne irgendwie Geld zu bezahlen oder so. Weil kann ja nicht jeder Patreon oder sowas machen, ist ja völlig okay. Vielleicht könnt ihr ja diesmal einfach versuchen, das Video, was ich persönlich sehr gut gelungen finde, wenn ihr das dann auch gut findet und das unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne verbreiten und teilen und meine Twitter-Postings free-tweeten und das Video auf Facebook teilen mit euren Freunden oder was man da halt alles so machen kann. Und mal schauen, ob das diesmal was bringt, dass sich das ein bisschen verbreitet und somit einfach ein bisschen wieder Fluktuation auf den Kanal kommt und der Algorithmus so sieht, aha, da geht was. Und das dann vielleicht wieder ein bisschen zum Selbstläufer wird, weil eigentlich finde ich das eklig hier so zum Teilen und so. Äh, Alter, aber macht ja jeder und dann geht halt der unter, der es nicht macht. Das ist ein bisschen bitter. Auf jeden Fall weiter mit den Outtakes jetzt und vielen Dank, falls ihr das jetzt ein bisschen verbreitet. Tschüss. Danke. Nehmen wir. Ey, ey, schaut mal, meine Fruchtflase platzt. Das kennt ihr, weil ihr Frauen seid. Oh, voll. Witzig, relatable Comedy. Hallo. Hallo. Also, gespenst. Was in dem will du dich gerade gespenst? Spider-Man bin ich. Du bist der Spider-Man. Ja. Ich bin aber ein unmoderner Mensch und kenne keinen Film mit Spider-Man. Mist. All mit dem Schiss, nix am Hut. Mist. Und nix am Hut. Aber ich mache ja gerade was Witziges. Machst du was Witziges? Ja, das ist nämlich ganz unkonventionell. Ich mache jetzt was, was man sonst nicht macht und da lachen alle. Ja, mir ist aber nicht gut und ich muss einen Moment liegen. Oh, okay. Ja. Gut. Dann tut's mir gut. Kann ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Nein, danke, danke, danke. Okay. Ich muss einen Stuhlmoment liegen und dann wird's besser. Okay. Aber in der prallen Sonne? Die Sonne macht mir nix. Am liebsten ohne Kleider. Am liebsten ohne Kleider. Ich kann ja hier so ein bisschen was hinhalten, da können Sie sich nackt hinlegen. Okay, gut. Na dann. Und ein freundlicher Küche gucken. Ja, gute Besserung, ne? Dann sieht ich in der Spiegelung. Hä, was? Hi. Hi. Na? Es wäre gerade richtig romantisch, wenn nicht so viele Leute zugucken würden. Ich will, bist nur so angezogen. Mir war kalt. Dir war kalt? Jetzt nicht mehr. Okay. Gehen Sie immer so rum, oder was? Ja, 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 ja. Ist gut? Ja. Sieht gut aus. Ich wünschte, ich könnte es gleich von euch sagen. Hinten spielt eine Ukulele, ist so schön. Echt? Aber die ganzen Spanner, ey. Schneid mal lieber mal in die nächste Szene. Ey, warte, du warte, komm gleich hier. Ja, darfst du einen Drucker von dir machen, hä? Nee, ich von dir, Mann. Nee, das nicht. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt von dir. Erzähl doch noch einen Deal. Na los. Wir kriegen beide eins. Na los. Der hat hier so eine Waffe und du willst damit ein Foto machen. Ey, weißt du, soll ich dir was sagen? Ja. Das ist mein erstes Selfie. Dein allererstes, na? Ich schwör, ich schwör, Alter. Ich fühle mich so geehrt, Mann. Guck mal, da hinten ist nämlich mein Cousin. Ja. Und wir filmen gerade ein Video dazu. Da sind wir mich entdeckt. Fack, 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 fack. Wir haben die Kamera gefunden. Scheiße, Mann. Wir schauen jetzt so lang. Ha, 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 ha. Witz, 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 witz. Ich bin Deadpool. Ich verarsch die Leute. Ich nehm einen Schluck. Ha, ha. Nehm ich hier weg. Ha, ha. Wir machen alle ein Foto. Ha, ha. Mach mal so. Ha, ha. Ich trag hier weg. Witzig, witzig. Ha, ha. Ich trag ein Glas über eine Straße drüber. Jetzt ist das ein Prank. Nimm ein Spr qué. Die pillspartner aus. temperaturef Drax. Häh. B****. 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 Vielen Dank.